So, die sechste Partie für diese Woche steht an. Willkommen zurück mit der Hero League und mir. Das letzte Spiel war schon ein bisschen besser, aber nicht so, dass man sich darüber freuen kann. Ich würde sagen, wir spielen mal wieder einen Magiar. Ich hätte Lust auf Keltu-Sat, muss ich ehrlich gesagt gestehen. Oder wir spielen einfach mal die gute alte Jaina und hoffen, dass auf der Genius-Seite nichts gepickt wird, was uns komplett den Arsch versucht. Gucken wir mal. Kann Hallo schreiben? Das vergesse ich immer wieder. Diese Woche ist eher ernüchternd ausgefallen. Ich hatte ein erstes gutes Game gehabt. Ein richtig erstes gutes Game gehabt mit Maiev, glaube ich. Das war jetzt nicht der absolute Oberburner, aber es war okay. Ähm, mal gucken. Wir haben drei. Oh, schade. Kann ich Gratengro's Varian? Äh, ja. Wird natürlich sehr... Warum nicht? Ich hatte auch Bock, die Tracer zu spielen. Der Tag der Abrechnung ist nah. Selama. Aschalanore. Das geht gut ab! Er will Tracer spielen. Puh. Führ die Allianz. Führ die Allianz. Führ die Allianz. Guter Band. Jeder Tod bedeutet Ehre. Ehre bedeutet Erlösung. Okay, das ist nicht so gut. Ich kann immer noch ausgleichen. Das ist der Vorteil. Eta, leite meinen Pfad. So, dann schauen wir mal Sonja und me Solo Land. Boah. Boah. Ich euch ebenfalls. Gute Wahl. Hoffentlich seid ihr so weit, denn wir beginnen in... Boah. 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 Was hat das für eine dumme Aktion? Ihr habt mich dazu gezwungen. Ich verliere keine Zeit. Ja, ich geh da nicht rein. Hör sich interessant an. Oh Gott, alles schlecht. Rosa! Ich kümmere mich darum. Helden, zollt mir Tribut und ich werde euch meine Gunst gewähren. Bisschen aggressiver spielen. Wissen ist Macht. Einverstanden. Weiter so. Hör sich gut an. Dem Licht sei Dank. Ich verliere keine Zeit. Ja, genau so. Das war jetzt gemein. Ein guter Kampf. Zwei erwischt! Das ist wirklich ein magischer Augenblick. Das ist jetzt mal kack. Warum geht sie da nochmal rein mit 10% HP? Beeilung. Unsere Verbündeten brauchen uns. Hm. Ich bin unterwegs. Schnell, helft mir. Welteinteilen, Lent! Eislante! Ich verliere keine Zeit. Gebt doch einfach auf! Wir haben früher nicht die Zeit. Die Zeit ist aus. Ja, ich habe eine Zeit zu vermeiden. Wir müssen dieses Quo verteidigen! Der Lucio feedet mir einfach zu viel. Ich bin eurer lächerlichen Streitereien überdrüssig. Zollt mir Tribut und erringt meine Gunst. Ich kümmere mich darum. Das ist für Terramor. Gut ausgeführt! Oha! Ja, zu viel Zeit! Oha! Ah! Tolle Technik! Was du durch den Töten gesammelt hast, Okay, ich glaube, ich geh mal lieber das Ding holen. Wir müssen aber den... Ach, du Geschreck. Oh, du bist so. Um mich unterzukriegen, müsst ihr euch schon mehr anstrengen. Ich verliere keine Zeit. Wollen wir sehen, wer mir dieses Mal genügend Tribut zahlt? Hört sich gut an. Lass uns gehen. Aus jedem Rückschlag können wir etwas lernen. Mann, die Hacker! Warum kommst du nicht nach oben, du Sackgesicht? Nach unten. Was mach denn der? Ach, Mann, ey. Das ist doch einfach nur eine absolute... Ich hätte die Tracer spielen sollen. Gott, das Willen, ey. Wir verliehen das Spiel so hart. Oh nein, wir haben einen Po verloren. Unser Poor wurde zerstört. Unser Poor wurde zerstört. Hey, Poors warst du nicht auf Bäumen. Oder doch? Schauen wir, wie ihr euch nervt seid. Das gibt's nicht, dass der da wieder bekommt, ey. Hey, das war unser Poor! Genug! Der Fluch ist vorbei. Ich hoffe für euch, dass ihr das Beste daraus gemacht habt. Ich kümmere mich darum. Jetzt wird was hin! Ah, Gottes Willen! Das kam genau zur richtigen Zeit. Ich geh mal im Bett, Jungs. Ich muss mich zurückziehen. Lasst uns gehen! Puh! Zwei gute Spiele bisher. Ach, ich sollte aufhören zu jammern, ey. Das ist mir so krass. Es war eigentlich von vornherein abzusehen, dass ich auf den Account nichts reißen werde. Ich sollte echt das Callen üben. Aber dafür bin ich halt einfach ein zu aggressiver Spieler, was so das, äh... Ähm, kommunizieren angeht. Vielleicht, wenn mir was nicht passt, dann sag ich das ja auch. Und dann ist mir scheißegal, was, äh... Ob die Leute da jetzt anfangen, äh... rumzuheulen. Und beteuern, dass sie da tatsächlich nichts gemacht haben. Ich bin da einfach schlecht, was das ist. Ja, wir müssen unten deffen, was ist aber euer Problem, Mann. Okay. Okay. Lasst uns gehen. Hey, die greifen unsere Zitadelle an. Heute ist nicht euer Tag. Lasst uns gehen. Das ist für Terramor. Zollt mir Tribut oder stimmt euch meinem Fluch. Ihr habt die Wahl. Unser Vorwurde zerstört. Erwischt! Zollt? Oh, ein Niederlage. Na gut, ich glaube, auf dem Account werde ich nur noch das spielen, was ich spiele. Es hat echt keinen Sinn, auf dem Account irgendwie zu versuchen, Meta zu spielen. Ja, das ist ja keine Chance. Ähm, die Leute picken halt immer irgendeinen Quatsch. Na ja. Sehen wir uns in der nächsten Runde wieder. Tschö!